die idee holz und wein und musik zu vermehren menschen zusammenzubringen die dinge machen die kunst handwerklich und von hand charakter stark und individuell hergestellt wird das holz bildet das gleit für den wein der wein reift im holz und mit dem holz und musik ohnehin etwas was sehr viel mit kunst zu tun hat kunsthandwerk die hände eigentlich mehr oder weniger ein bisschen hinher gesprungen so wie ich das zu vieler mitgekriegt habe und habe ich zu dir gleich sagt oder bin ich dabei sofort egal was er wollen wie groß das passt und so ich bin dabei weil du kannst ja was unterstützen da man regional ab was für das projekt nutzen wollen haben wir natürlich die felsereige vorzug wir haben ja beides aus dem selben stamm aus dem selben baum gemacht mit der stefan ackmann das beste hat wo sich sein wein sein fahrstab peckstein wohltun gerade die idee den in deidesheim ansässigen jens reda mit dem weiten von wiening und dem fassmacher matern zu verbinden dann habe ich gesagt da bin ich sofort dabei also es war eine spontane entscheidung innerhalb von einer sekunde habe dann aber auch gleich danach gesagt wenn dann mal was richtig ist ich trage damit ein bein dazu bei der mir extrem oder am höchsten herzen nimmt es ist forster pechstein wenn auch rar und heiß begehrt aber bei so einem projekt soll nicht die absicht sein dass man dass man irgendwas nimmt was frei verfügbar ist oder beliebig und deswegen pechstein kommen lassen sie uns spenden ich finde aus sowas geld zu machen komisch und die anarbeiter waren sofort auch dafür feuer in flammen auch der ralph madherrn der gesagt dann spende ich es fast das ganze projekt basierte eigentlich darauf dass wir das als charity projekt starteten und wir wollten jetzt kein geld mit verdienen und die gitarre wird ja versteigert der bein wird verkauft für die kinderkrebshilfe und es war von anfang an klar dass wir das für irgendeinen guten speck dann spenden wollen die idee war am ende bei der gitarren oberfläche die gleiche haptik wie beim weinfass zu haben deswegen wurde die auch nur ganz fein lackiert man spürt es kaum die eiche an sich ist ein sehr schlechtes klangkreuz die kann man also findet man eigentlich nirgends im instrumentenbau trotzdem war ich sehr überrascht wie lebendig das instrument klingt das projekt hat konturen angenommen es ist auch reif um weiter getragen zu werden bin froh dass die idee so gut aufgegriffen wurde das tatsächlich ein konzept und am ende auch realität entstehen konnte so 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 so